Novo Ceram, ein französischer Keramikhersteller seit 1863, präsentiert Tyrangia, eine Kollektion massengefärbter Feinsteinzeugfließen für den Innen- und Außenbereich. Mit Zementeffekt und für zeitgenössische Räume geeignet ist die Kollektion Tyrangia im neuen Format 90 x 90 Zentimetern auch in der rutschfesten 20 mm starken Version Outdoor Plus für den Außenbereich erhältlich. Tyrangia ist in einer Palette von sechs Farben erhältlich. Ivoire, eine helle und zarte Farbe. Sable, ein neutrales und dezentes Beige. Fer, ein mittleres Grau und reich an Details. Perl, frisch, leicht und hell. Gräge, ein Mittelweg zwischen Grau und Beige. Kaki, ein Grau, das sich durch subtile Grüntöne auszeichnet. Für weitere Informationen über Tyrangia und die Wiederentdeckung aller